Mitten in der Nacht ging der Alarm von Biketracks wieder los. Wir konnten allerdings nichts weiter tun als nur zusehen, wie die mit dem Auto. Biketracks hat schon so manchen Hit gelandet. Jede Woche erreichen uns neue Erfolgsgeschichten, wie unsere Kunden ihre gestohlenen E-Bikes aufgrund des GPS-Trackers wiedergefunden haben. Höchste Zeit, mit diesen Leuten zu sprechen. Wann und wo wurde dein E-Bike gestohlen? Also unser E-Bike wurde in Italien, in unserem Urlaubsort, gestohlen und zwar in der Früh um halb 5 Uhr. Wie bist du auf den Diebstahl aufmerksam geworden? Als ich die Räder verwenden wollte, habe ich festgestellt, dass sie nicht mehr vorhanden sind. Sofort bin ich an mein Handy gegangen und habe die Biketracks geöffnet, um festzustellen, wo meine Räder sind. Und da ist es mir bewusst gewesen, nachdem ich gesehen habe, dass da auf der App ein ganz anderer Ort angezeigt wird, ist es mir bewusst gewesen, die Räder sind weg, die sind geklaut. Was hast du dann unternommen? Ich bin eigentlich sofort ins Auto, habe den Ort ins Navi eingegeben und bin an diesen Ort hingefahren. Und es waren ungefähr eineinhalb Stunden sowas. An dem Ort angekommen, habe ich dann eigentlich einen Transporter oder so einen Sprinter gesehen und mir war eigentlich klar, da müssen unsere Fahrräder drin sein. Wie war der weitere Verlauf des Diebstahls? Daraufhin hat dann die Polizei versucht, den Halter von diesem Fahrzeug ausfindig zu machen. Haben immer wieder versucht, mit der App zu schauen, ob das auch der richtige Standort ist und ob das passt. Und die hatten allerdings keinen Zugriff oder keinen, wie sagt man da, Durchsuchungsbeschluss. Das heißt, nach ungefähr vier Stunden mussten wir wieder zurückfahren, ohne unsere Fahrräder. Wir sollten erst am nächsten Tag eine Anzeige aufgeben und ohne die können die keine weiteren Sachen hier was unternehmen. Haben wir dann mitten in der Nacht, ging der Alarm von Biketracks wieder los. Und wir konnten allerdings ja nichts weiter tun, als nur zusehen, wie die mit dem Auto flüchten in eine ganz andere Richtung entgegengesetzt von uns. Und dann sind wir am nächsten Tag zur örtlichen Polizei, haben denen das mitgeteilt, dass wir hier die Biketracks-App haben. Und dass die Fahrräder auf einem Rastplatz stehen. Und die sind dann sofort los und haben nach den GPS-Daten, was wir denen mitgeteilt haben, haben die dann die Fahrräder orten können und haben auch die Fahrräder dann gefunden. Die konnten die Täter leider Gottes nicht stellen. Die Täter waren geflohen und die Fahrräder waren mehr oder weniger seitlich am Rastplatz in einem Gebüsch, in Decken eingewickelt, versteckt. Aber aufgrund der genauen GPS-Daten konnte die Polizei zumindest die Fahrräder relativ schnell finden. Wie zufrieden bist du mit dem Biketracks-GPS-Tracker? Ich bin sehr zufrieden. Es hat funktioniert. Bir sonraki noch PS-Daten. Bis zum nächsten Mal. Tja, nicht Leute.